Nun aber, endlich ist sie fertig, unsere neue Homepage. Es hat etwas länger gedauert, aber dafür ist sie auch, wie wir finden, ganz besonders schön geworden. Sie ist übersichtlicher, sie ist für uns flexibler in der Gestaltung und ansonsten finden Sie alle Punkte, die Sie vorher auch gefunden haben, weiterhin. Die große Neuerung ist eigentlich der Online-Verkauf unserer Tickets. Gehen Sie einfach auf Veranstaltungen, klicken Sie eine an, die Sie besuchen möchten und schluck die Wupp gehören die Tickets Ihnen. Das finden wir ist besonders gelungen. Für alle Anregungen und Kritik sind wir natürlich jederzeit offen. Immer raus damit, wir versuchen uns umzusetzen. Und dann, wir versuchen uns umzusetzen.